Geht direkt weiter in Folge 8. Spannungsgeladen, mach mal die Kisten kaputt, hoffentlich sind da keine Alien-Spinnen drin. Ach Quatsch. Ne, aber der Hinweis unten... Da, der da. Okay... Okay. Hier ist noch was. Ach hier. Ach, leckeres. Weißt du, was ist denn das bitte? Ja, lies mal das Schild. Okay, close by night. Also wenn es dunkel ist, kommen wir hier nicht durch. Ja, macht ja auch Sinn. Dass man im Dunkeln die Gegend nicht verlassen kann. Also in dem Nachtmodus. Ja. Weil man den erst wahrscheinlich in den Forst finden muss. Genau. Okay, also ich denke wir haben jetzt in dem Gebiet nicht alles erschlossen. Aber wenn wir ein paar Schaufel so haben, können wir zurückkehren. Ja. Richtig. Also das haben die ja wahrscheinlich so gemacht wie bei Metroid. Dass man immer erst, wenn man ein bisschen im Spiel fortgeschritten ist, in alte Gebiete zurück muss. Genau. Also da haben wir links ein großes vor. Da haben wir dann oben auch noch ein paar. Und da eine kleine Siedlung und hier einen Außenpost. Ja. Sollen wir dann einzeln erstmal zur Siedlung gehen? Ja, die ist am nächsten. Ist dann wahrscheinlich Schnellreisepunkt. Kannst ja auch mal X drücken, ob du irgendwas hörst. Ja. Da. Wäre die Siedlung. Die große. Ja. Aber wir gehen trotzdem zu klein, oder? Wie gesagt, mach was du willst. Oh, so eine Kiste ist immer. Ja, aber wir sind jetzt vorbereitet. Muni. Da. Links. Geradeaus. Da. Hier ist aber noch was. Ja. Ne, ein bisschen da. Da. Ne, links. Links. Ja, ich weiß. Achso. Ah. Da hinten ist was vergraben. Ein Grab. Ja. Ein Mensch. Okay. Und da ist aber schon der Ausposten, oder? Ne, das ist die Siedlung mit dem Wachtturm. Okay. Und da sind Gegner, die gerade auf dich zurennen wollten. Ja, die sehe ich da schon. Ich würde, glaube ich, ins Vorgehen. Forst sind immer sicher. Erstmal ins Vor? Ja. Einfach querfällt ein? Das musst du entscheiden. Mann, 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 du bist überhaupt keine Hilfe. Ne. Verbot, die sterbe ich jetzt irgendwo für Querfällt ein. Vor einem Eber gerissen oder so. Ja. Oder es kommen gleich drei von den Steinewaffern. Boah. Ja, danach geht's. Wobei ich glaube, querfällt ein bei so einem Spiel ist immer relativ schlecht, weil die Designers meistens so gemacht haben, dass man auf den Straßen irgendwas findet. Ja, wir müssen die Straße nochmal zurücklaufen, wenn wir dann zum... Ja. Ja, müssen wir nicht. Wir können da auch querfällt ein. Ne. Mach mal M, wie weit du noch weg bist. Achso, M. Ja. 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 Dachtest du mir doch... Das ist genau falsch. Ja, wir in die Richtung, ne? Ne. Westen. 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 Ja, ich versuche hier so ein bisschen den Weg zu folgen. Welchen Weg? Oh, da sind Gegner ab. Zwei sogar. Brände. E. Und Z. Drei sogar. Z. Ne. Geht's auch nicht mehr. Links klick. Okay, ich bin wieder hier. Wir folgen der Straße. Ja. Aber ich könnte mir schon denken, dass jetzt im Vor, dass wir da ein paar Hinweise auf die Statuen aus Asche und Ember bekommen. Da uns gerade drei davon umgebracht haben. Wir gehen doch erstmal hier hoch. G. G. Herrlich. Hab ich jetzt tatsächlich noch mitgenommen. Hör ziehen und G. Äh, B. Okay. Fuck you. Fuck you. Geh sterben. Okay, wir folgen der Straße bis zum Vor. Hast mich überzeugt. Um die kannst du dich dann beim nächsten Mal kümmern. Okay. Ich habe keine Lust auf, gegen ihn ich nicht besiegen kann. Na, ich mache es halt gerne so, dass ich... Also da kannst du noch den Pfeil... Stopp, zurück. Den Pfeil einsammeln. Ich ziehe die Gegner dann meistens im Train hinter mir her. Ja. Und den musst du jetzt noch besiegen, der rennt hinter dir her. Ja. Also da kannst du schon mal... Genau. Ehrlich? Wie ich dich hasse. Ja, komm. Z. Bisschen höher, Bi. Sehr schön. Ach, Mann. Aber die hast du jetzt auf einmal alle getötet. Die Gemaustaste. Ja. Wie mich das... Also ganz ehrlich, seit wann muss man bestätigen, ohne dass irgendein Fenster kommt. Ja, dass es weitergeht. Du siehst einfach nur das weiße Licht. Du regst dich einfach nur drauf auf, weil du es immer vergisst. Ja, natürlich. Du hast noch die Kanonen angebildet, ne? Ja. Nein. Das sehe ich nicht. Auf, guck mal, du hast links. Links? Also, ich meinte ausweichend damit, äh, da. G. Z. Wow. Ähm, B. Ja. Cool. Das hat auch geklappt. Z. Du kannst auch mal die Muskete nachladen. Die dich auch mal nutzen können, ne? Ja. Verkauf jetzt erstmal den Kram. Ja. Was haben wir? Eine Coot Pistol. Und Cracked Longboat. Also, genau das, was wir immer haben. Ja. Na, die werden jetzt auch erstmal nichts anderes droppen. Na, wir haben auch schon mal eine Kramenpistol gefunden. Na, hier jetzt links war noch was. Genau. Ah, der hat aber nichts. Und der Pfeil hinter dir? Welcher Pfeil hinter dir? Ah, du hast volle. Okay. Rusty Moskett. Okay, die nehmen wir noch mit. Kann man verkaufen. Ja, aber jetzt hast du auf jeden Fall schon mal eine Fast Travel Option. Ja. Da. Da ist eine Truhe, wahrscheinlich. Oder ein Zettel. Ja, rechts aber. Ja, genau, dahinter. Da. Okay. Ah, okay, jetzt haben wir auch noch mit Wilderrand zu tun. Nicht Wilderrand, aber mit Wilden zu tun. Und hier ist noch was, rechts. Ach, er hier, oder? Nee, der Zettel dahinter. Ja. Wie kannst du nur? Ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt. Okay. Okay. Und noch was, links? Ja, da die Truhe. Yes. Hier ist noch so eine. Mhm. Ah, dann lass mal was stehen. Jo. Du kannst ja mal gucken, was dir zu verkaufen hat. Ja. Noch ein Explosive. Ah, okay. Mhm. Mhm. Kann carry, kann carry, kann carry. Ja, aber neuer, ne Armbust. Mhm. Wollte sagen, neuer Bogen, aber. Ja. Was braucht denn der für Munition? Was? Der braucht Bolzen, oder? Crossbow Bolt, ja. Okay, das hier ist auch nichts. Crude of, äh, Crude Swiffness? Bringt 4% Bewegungsgeschwindigkeit. Also quasi die, die wir schon haben. Ja. Und was ist mit den, äh, Quirlen, oder Quirlen? Wo? Das sind einfach, äh, Lager. Köcher, ja. Ja. Ja, ich meine, muss man die, ähm, auswählen, oder kauft man die einfach und man kann dann mehr tragen? Ich glaube, die kauft man, dann kann ich einfach 25 Pfeile tragen. Weil, wir haben 850. Ja. Also, das ist halt die Frage. Ja, ich hab halt auch schon überlegt, aber ich meine, äh, wann füllt sich das denn? Also, ich meine, beim Longbow lohnt sich das für uns halt echt, ne? Ja. Dann kaufe ich ihn einfach mal. Und jetzt? Rusty Maskit kannst du noch? Genau. Und geh einfach mal kurz raus. Ja. 20? Das ist also quasi permanent Ding. Man braucht es nirgends mittragen. Ist einfach größer. Genau. Ja, ansonsten, äh, das war das Lager. Ja. Würde ich sagen, geh ich den Weg zu, dann probier mal noch das nächste. Also, ein Versuch wenigstens. Ja. Aber jetzt klappt es gut, ansonsten Versuch haben wir in der nächsten Folge. Okay. Nein, es sind jetzt 13 Minuten, äh. Wir müssen jetzt noch nicht 20 Anläufe sehen, wie ich das probiere. Sondern 20 Anläufe, wie ich es probiere. Genau. Wie auch alles aufpoppt, nach einer Weile ist es auch nicht sehr schön. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist halt immer noch zum Vor. Ja. Das ist halt deine Hauptquest. Ja. Da wir mal die kleinen Lager schon mal erkundet haben, ist ja auch nicht schlecht. Ja. So, hoffe ich, hoffe ich mal. Ja, links. Da. Ja. Zwei. Aha, sehr schön ausgeliefert. Schön in den Po. Da ist noch einer. Ja. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Da ist er. Oh, da. Z. Oh. Kannst du fast gleich nochmal drüber. Ja, soll ich jetzt mal zum Fass zurücklaufen? Nee, weiß nicht. Du kannst, wenn du willst, Schnellreise machen. Ja. Nee. Äh, da ist ein Gegner. Kannst du es jetzt? Nee. Dann ist hier wohl noch irgendwo einer. Hm. Du kannst auch einfach ins Vorrennen. Solange die nicht nachkommt. Wobei, ins Vorrennen würde wahrscheinlich gar nichts bringen. Weil die, äh, Schnellreiseoptionen erst freigeschaltet werden, wenn alle Gegner weg sind. Aber du siehst da schon, äh, die Zäune links? Ja. Und du gehst jetzt nach rechts? Um den Weg zu folgen. Okay. Da ist echt der A jetzt kann ich. Aber jetzt brauche ich auch nicht mehr. Jetzt ist da schon wieder ein Gegner in der Nähe. Also, okay, erstmal weiter. Wo siehst du? Ich habe ihn nur gehört. Ach so. Da ist ein Grab. Ja. Nee, wenn er von oben. Ja. Äh, komm, ich lauf zum Vor. Ja. Dann aber fix. Ah, da ist er. Wie er ruhig durchlaufen kann. Let's set. Okay. Das ist nochmal eine ganze Menge. Ja. Ja, schon mal Haken geschlagen. Oh, der rennt dir aber ordentlich hinterher. Ja. Da ist die Fahne. Ja, sehr gut. Ja. Ach, scheiße. Ja. Es war ein guter Versuch. Hätte vermutlich sowieso nicht geklappt. Ja. Also, das ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge Weggefährten. Also, es macht vermutlich Sinn, den anderen auch einfach noch einzunehmen. Ja. Okay, äh, Links-Klick, falls es zu viel Spaß macht. Mhm. Habe ich jetzt noch irgendwas im Inventar, was ich verkauft bekommen? Nein. Gut, klicken wir das hier noch weg, dass wir beim nächsten Mal nicht verwirrt sind. Gut, äh. Tja, erledigt. Das gibt's noch. Und Grails haben wir auch noch nicht voll. Gut. Und, oh. Jetzt hoff ich die Notizen. Ja. Wir können auch marktallisread immer drücken. Könnte man. Ja, aber nicht. Okay. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.